Willkommen zurück meine lieben Freunde zu einem weiteren Yu-Gi-Oh! Tutorial. Heute werden wir uns die nächsten Extra Deck Monster anschauen, die es in dem Spiel gibt, und zwar die Synchro Monster. Wie sie genau beschworen werden und was es dabei zu beachten gibt, werden wir uns gleich gemeinsam anschauen. Ein Synchro Monster erkennt man an seiner weißen bzw. hellgrauen Farbe. Wie am Anfang bereits erwähnt, haben wir hier ein Extra Deck Monster. Das heißt, diese werden nicht in eurem Main Deck, sondern im Extra Deck gespielt. Um sie zu beschwören, müssen sie also nicht erst gezogen werden. Eine Synchro Beschwörung ist eine Spezialbeschwörung. Sofern ihr also die nötigen Ressourcen habt, könnt ihr beliebig oft eine Synchro Beschwörung durchführen. Aber was braucht man jetzt alles für eine Synchro Beschwörung? Was man dazu genau braucht, könnt ihr euch eure zu beschwörenden Karten entnehmen. Genau wie bei den bereits kennengelernten Fusionsmonstern, stehen auch bei Synchro Monstern die benötigten Beschwörungsmaterialien in der Kartenbeschreibung unter dem Typ des Monsters. Im Falle unseres Sternstaubdragens benötigen wir einen Tuner, bzw. auf Deutsch einen Empfängermonster, plus ein oder mehr Nicht-Empfängermonster. Im Gegensatz zu Ritual- oder Fusionsbeschwörungen wird hier keine zusätzliche Zauberkarte benötigt. Aber ganz wichtig, alle Materialien, die ihr für die Synchro Beschwörung braucht, müssen sich offen auf dem Spielfeld befinden. Verdeckte Monster dürfen nicht verwendet werden. Was ist jetzt aber ein Empfänger? Einen Empfänger könnt ihr an seinem Subtyp erkennen. Falls es sich bei einem Monster um einen Empfänger handelt, so wird das Rechts von seinem Typ getrennt durch einen Schrägstrich dargestellt. Des Weiteren muss man für eine Synchro Beschwörung ein bisschen Mathe kennen. Das liegt darin, dass die Summe der Stufe von eurem Empfänger und eurem Nicht-Empfängermonster, die ihr für die Synchro Beschwörung verwendet, exakt der Stufe des zu beschwörenden Monsters entsprechen muss. Am besten schauen wir uns das Ganze anhand von einigen Beispielen an. Wir haben hier den Sternstaubdrachen. Die Anforderungen für die Beschwörung wären ein Empfänger plus ein oder mehr Nicht-Empfängermonster. Und nochmal, diese Monster müssen sich offen auf dem Spielfeld befinden. Übrigens auch Token- und Fallenmonster dürfen für eine Synchro Beschwörung verwendet werden. Der Sternstaubdrache hat die Stufe 8, das heißt die Summe unserer Monster muss insgesamt genau 8 ergeben. Wir könnten zum Beispiel unsere Unglaubliche Ecclesia, einen Empfänger der Stufe 4 nehmen und die Schwertseele von Moyet und damit dann unsere Synchro Beschwörung durchführen. Ihr seht, wir haben einen Empfänger, einen Nicht-Empfänger und die Gesamtstufe der Monster ist 8. Wir könnten aber auch den Weißer Starfrost nehmen, einen Empfänger der Stufe 6 und den Sprite Blue, Nicht-Empfänger Stufe 2. Und dann auch so den Sternstaubdrachen beschwören, denn auch 6 plus 2 ergibt ebenfalls 8. Da der Sternstaubdrache aber sagt, dass man ein Empfänger plus ein oder mehr Nicht-Empfängermonster für die Beschwörung braucht, können wir da auch mehr als nur 2 Monster verwenden. Wichtig ist nur, dass die Summe der Stufen nachher stimmt. Wir könnten also erneut unsere Unglaubliche Ecclesia nehmen und unser Sprite Blue und dazu dann noch ein drittes Monster. Da wir bereits Monster haben, die Stufe 6 ergeben, fehlen uns nur noch 2 Stufen und da könnten wir zum Beispiel den Sprite Jet nehmen. Was aber nicht funktionieren würde, ist, dass wir zweimal die Ecclesia nehmen würden. Ihr seht, wir haben zwar insgesamt Stufe 8, ein Empfänger ist auch dabei, aber was wir jetzt nicht haben, ist ein Nicht-Empfängermonster. Dazu kommt auch noch, dass wir jetzt 2 Empfänger haben und wenn wir uns noch einmal die Beschwörungsbedingungen des Sternstaubdrachens anschauen, so steht da explizit drin, ein Empfänger und ein oder mehr Nicht-Empfänger. Für uns bedeutet das also, bei den Nicht-Empfängern können wir mit der Anzahl variieren, aber wir dürfen maximal nur einen Empfänger verwenden. Nicht alle Monster sind aber auch so generisch wie der Sternstaubdrache. Naturia Ungeheuer zum Beispiel braucht für die Beschwörung ein Erde-Empfänger plus ein oder mehr Erde-Nicht-Empfängermonster. Das heißt, sowohl der Empfänger wie auch die Nicht-Empfänger müssen die Eigenschaft Erde haben. Und da Naturia Ungeheuer ein Monster der Stufe 5 ist, muss die Summe der Materialien insgesamt 5 ergeben. Ein weiteres Beispiel wäre der Kristallflügel-Synchrodrache. Hier brauchen wir einen Empfänger und ein oder mehr Nicht-Empfänger-Synchromonster. Ihr seht, bei dem Empfänger sind wir zwar ganz generisch, sprich da haben wir keine Einschränkungen und dürfen alles nehmen, aber der Nicht-Empfänger muss ein Synchromonster sein. Wir müssen also im Vorfeld schon mindestens eine Synchro-Beschwörung durchgeführt haben. Schauen wir uns nun das Ganze mal in der Praxis an. Ich habe meine beiden Monster bereits offen auf dem Feld. Wie mehrmals erwähnt, die Monster müssen sich offen auf dem Feld befinden. Weder Monster in der Hand, noch verdeckte Monster funktionieren da. Für die Beschwörung müsst ihr einfach ansagen, dass ihr eine Synchro-Beschwörung durchführt und das Material auf den Friedhof legen, um euren Monster zu beschwören. Da das Ganze eine Spezialbeschwörung aus dem Extra-Rack ist, könnt ihr es euch aussuchen, ob ihr das Monster in einer der fünf Main-Monster-Zonen platziert oder in die Extra-Monster-Zone. Des Weiteren könnt ihr euch zwischen der offenen Angriffs- oder Verteidigungsposition entscheiden. Wie bei allen anderen Extra-Rack-Monstern gilt auch für die Synchromonster, dass diese erst korrekt beschwören werden müssen, bevor man sie wiederbeleben kann. Kommt ihr auf einem anderen Weg in den Friedhof, ohne vorher korrekt beschworen zu sein, so kann man sie auch nicht wiederbeleben. Falls ein Synchromonster zurück auf die Hand gegeben wird, so kommt es wieder ins Extra-Rack, denn auf der Hand hat es ja nichts verloren. Das war auch im Grunde schon alles, was du über die Synchromonster wissen musst. Solltest du dennoch offene Fragen haben, so kannst du sie gerne in den Kommentaren stellen. In meinem nächsten Video werden wir uns dann die Xyz-Beschwörungen anschauen. Falls du es also nicht verpassen willst, denke bitte daran, diesen Kanal zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.